Ich muss Cynthia Weaver finden. Die kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Na los, gehen wir zurück zu ihrem Freund. Alter, geil. Jetzt geht's mal richtig los. Jetzt haben wir mal Unterstützung. Was? Nein. Wir machen den Helistart klar, aber ich hab Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche ihre Hilfe. Gut. Okay. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Night Springs. Okay? Die wissen dann Bescheid. Night Springs? Die Fernsehshow? Klar. Oh, hey, dieser Radio-Fritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Brieker? Ein Verwandter? Mein Dad. Hey, ist das hier eine Geheimgesellschaft? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Äh, aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay. Gehen wir, Wake. Hinten raus. Mein Kater braucht dringend eine Pizza. Meinst du, ich kann mir irgendeine bestellen? Meine Kopfschmerzen wollen, dass du still bist. Und was schaffst. Bedient. Okay, der ruft jetzt an. Wir können jetzt erstmal im Heli hier. Das ist geil. Wahrscheinlich, äh, sind die einfach schon... Die sind... Die kennen diese Geschichte einfach schon, dass sowas passieren kann. Ach, nö. So, okay. Ja, natürlich beeilen wir uns. Hier sind überall Fahrzeuge. Das ist höchst tödlich. So, wo müssen wir überhaupt lang? Wir müssen durch... Da hinten lang. Hey, springen. So, wir müssen hier unten lang und dann Feuertruppe. Hier sind noch ein bisschen... Dunkelheitsflecken. Eieiei, was für ein Weg. Aber für die gute Sarah legen wir den zurück. So, Feuertruppe nach unten. Äh, was ich meinte mit Nightsprings, dass sie jetzt sagen, ich wette, die kennen diese ganze Situation einfach schon, dass es hier so einen Dunkelheitsscheiß gibt. Und deswegen haben die wirklich das, was, äh, Barry meinte, so eine kleine quasi-geheimorganisation gegründet. Und mir gefallen die Krähe. Ich mag ja aus diversen Gründen keine Krähe mehr. Irgendwann. Ich hab heute sogar wirklich zufällig eine Krähe auf der Straße gesehen und sie ein wenig argwöhnisch angeguckt. Und daraufhin hat sie mich quasi, also die hat so den Mund so komisch aufgemacht und mich dann so, so angegrinst quasi. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Müsste ich auch hier an Alan Wake denken, dass gleich so ein Krähen-Schwarm guckt. Und war irgendwie ein Zinne. Bescheuert. So, ach. Weiß man, Alan Wake, stimmt, die Dunkelheit beseitigen. Wenn Flecken entfernen doch immer so einfach wäre, was? Herr Pistole. Scheiße. Alter. Komm, irgendwo noch mehr? Und sonst werden wir noch ein paar Schatz. Okay, scheinbar haben wir es geschafft. Der Angriff ist vorbei. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich dachte jetzt erst, die Holzstücke fliegen einfach nur auf uns zu. Also, nur in Anführungszeichen, ne, aber ist das schon, was ich meine? Hey, Sheriff, hier Passwort. Night Springs? Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns, ob Brightfalls damals die Inspiration für die Fernsehshow war. Diese Stadt ist manchmal sonderbar, aber noch nie so sonderbar. Sie müssen den beschädigten Schaltkasten überbrücken. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! Oh, achso, ich muss jetzt nicht drücken, weil ich gar nicht mehr... Autsch! Oh, man, wir müssen erstmal hier... Unser erster Stopp ist erstmal hier. Der, äh... Kasten. Wo ist die, Alte? Da. Wieso hab ich eigentlich nicht... Höh! Naja, du machst das, was? Oh. Der stirbt auch einfach so. Oh, ne. Alter. Ich dachte schon, das ist einer von denen, der mich jetzt hier hart bewerfen will. Ich lass lieber schießen, dann spare ich mir die. Autsch. Okay, den hier, den hier. Oh, yeah. Bam. Kombo-Arbeit. Vom feinsten. So, lad erstmal nach. Eine 10 Milliarden Schuss Schrotflinte. Ach, das war eh die Pumpgun. Ja, okay, dann... Dann war es ja legitim. Bist du das nächste Auto, was auf mich zufliegt? Aufpassen! Äh! Ich hoffe, das Ding kommt nicht wieder. So, ich mach erstmal die Kleinen fertig. Aua. So, ein paar müssen wir auch bekommen, glaub ich. Alter. Der kam uns aber hier gefährlich nah. Aua. So. So, hab ich ihn einfach mal erledigt und schon wieder übersteuert, glaub ich. Aber scheißegal. Das passiert nun mal. So. Okay, alles klar. So, komm weiter, Sarah. Weiter, weiter. So. Hier sind wir auch nicht sicher. Wasser ist, äh, auch dunkel, weißt du? Also, bitte. Ich bin da. Ach, da kommen die nächsten. Boah, bam. Der hatte ich mir aber richtig gegeben. Nice shot. Nice shot, Sarah. Und jetzt ist endlich die Musik vorbei. Diese... ...kranke Musik. Das find ich schon mal gut, weil... ...die ist, äh, schon laut. Folge. Und schon wieder hör ich diese... ...dieses... ... ... ...alte... ...alte... ...hallo? Jetzt schieß doch. Und ich fand New Yorker unhöflich. Oh, Munition. Direkt alles mitnehmen. Alles klauen. ...und Batterien sowieso. Sie haben das Recht. So, erst mal, die sind zur Sicherheit hier so eine kleine Fackel reingehalten. Alter, die tötet die hier ohne Probleme. Ja, der ist gebrochen. Der jetzt auch. Scheiße, ich seh den mal so schwer. Dafür hab ich den erledigt. Ach, sauber. Wir haben alle weg. Sehr gut, Sarah. Verdammt, Mann. Wir sind echt ein gutes Team. Das sollte es viel öfter geben, dass man hier nochmal jemand anders hat, der ein bisschen mithilft. Das ist echt, äh, schon ganz schön praktisch. Ja, Licht. Na los, kommt her. Ich bleib mal am besten in ihrer Nähe. Da fühl ich mich einigermaßen sicher. Wake, hier drüben. Hier ist Licht. Warte, ich muss kurz den Kasten öffnen und alles klauen. Oh, ich hab schon alles. Ach, nö. Hä? Wo denn? Oh. 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 Vielen Dank.